ja ja klar wo steckt ihr die Tasse die Waffen folgen sie ihm nicht lange seine Männer werden sie erlaubt Das ist ehrlich. Schön mal alle Waffen aufheben. So, okay. Nachladen. Okay, jetzt save ich mal gleich. Und guck, ob die Aufnahmen alles okay sind. Bis jetzt. Ohlala, was ist denn da? Rotes Hintergrund. Oh nein. Komischer Ort für ein Motorrad, aber das hat was. Also, es ist eine Schande, so ein Motorrad auf dem Dach zu verstecken. So, jetzt save. Alles klar. Ja. Okay. Dann bis gleich, ne? Ciao. Hallo. Oh. Falsche. Falsche Film. Das wäre jetzt richtig. Alles klar. So, äh, ja. Äh. Nach meiner Hälfte, äh. Äh. Ja, was soll ich sagen? Ja, gerade hab ich ne Aufnahme gemacht. Da hab ich jetzt mal ein wunderschönes Mikro vergessen. Ja. Ja. Jetzt hab ich vergessen, was ich alles sagen wollte. Ach ja, genau. So, heute, äh, wende ich mich... Boah, halt deine Fresse, ey. Immer das gleiche. Tja, jetzt ist Kreativität gefragt. Boah, okay, scheiß doch. So. Äh, es ist... Ja. Was wollte ich sagen? Heute wende ich mich das letzte Mal zu euch in diesem Jahr. Ja. Ja, bei euch wird's jetzt der erste erste sein oder so. Oder ein bisschen später. Keine Ahnung. Bei mir ist es jetzt gerade 8 Uhr. Also ich muss mich ein bisschen beeilen. So. Aber naja. Okay. Mhm. Alles klar. Jetzt schickt das Ding hier weg. So. So. Ich will definitiv die ganzen Kabel und deine Maus. So. Äh. Hoppa. Ey. So. Ähm. Hm. Hm. Naja, die Kiste ist, äh, völlig wertlos. Ich weiß nicht, was du damit denn machen musst. Die kann man nirgendswo runterschützen oder so. Keine Ahnung. Ist auch kein Schatz meiner Meinung nach. Hier ist doch einer. So. Alles klar. Weg mit dem Schrott hier. Okay. Äh. Äh. Ah. Toi, ey. Gerade in der letzten Aufnahme so viel gesagt. Das fällt mir nichts ein. Boah. Du. Bist doch dumm. Hallo. Oh. Oh. Wo war ich das? Ne, geil. Jetzt kommt eine geile Szene weg. Oh Gott, ey. Haha. Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Finde ich blöd. Aber okay. Ja, das Zeichen kann jetzt auch weg da hinten. Ja, das mache ich jetzt immer am Anfang der Aufnahme. Damit ich sehe, ob ich aufnehme oder nicht. So. Alles klar. Woah, 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 woah. So, okay. Das möchte ich euch nicht zeigen. Was bei mir gerade nicht geklappt hat. So. Das will ich euch aber zeigen. Das ist genial. Das ist so genial. Ey, diese Fails da, wenn man die Tasten nicht drückt. Die sind so übel. Aber okay. Das nur nebenbei. Hoppa. So. Woah. Fast vergessen. Hier habe ich gerade meine Tasten verfehlt in der Aufnahme, wo ich es verkackt habe. Also mein Mikro vergessen habe. Aber okay. Mit diesem Motorrad willkommen. Ja, hast wohl recht. Ich habe wirklich zu wenig Platz für meine Maus, aber das kann ich jetzt bei meinem kleinen Schreibtisch nicht ändern. So, okay. Ja. Äh, 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 demnächst werde ich richtig viel Spaß haben. Mit meiner neuen Wii. Wie? Ob ich das schon gesagt habe, keine Ahnung. Äh. Ja, wir wollen nur Wii zu beiden haben bekommen. Wir können auch mal schreiben, was ihr bekommen habt. Ja, okay. Äh. Meine Wii habe ich mit Monster Hunter bekommen. Monster Hunter. 3. 3. Wie auch mal. Oh, Larai. Schon verrückt. Verrückte. Okay. Äh, ja. Was wollte ich eigentlich sagen? Äh, ja. In ein paar Tagen... Oh, Larai. Mann, kann man nicht mehr aussprechen? Egal. Ja, in ein paar Tagen kommt mein, äh, Donkey Kong Country Returns für Wii. Ja, und dabei werde ich, äh, die Zeit lang nur dran zocken, also... Wenn da mal keine Videos an einen Tag kommt, dann links daran, was ich zocke. Aber okay. Monster Hunter Trippini auch gerade voll am Zocken. Richtig geiles Game. Ego. So. So. Das hat er wunderbar geklappt. So, ich habe, äh, jetzt... Ich habe keine Ahnung, was ich alles... das ist jetzt schon gesagt hab. Äh, ja, auf jeden Fall ist es hier ein Tag große Western, ne? Oh, das habe ich auch schon gesagt. Keine Ahnung. Aber okay. Aber okay. Ja, ich muss mich ein bisschen verhellen. Äh, denn... Ja, mit zwölf und müssen wir ja schon raus ein bisschen büllen. Aber danach mache ich, glaube ich, ein bisschen weiter wieder. Aber okay. So, äh... Ja, komm. Gegessen haben wir schon alle. Teilweise. Also ich habe nur ein bisschen gegessen. Ich habe keinen Hunger. So, okay. Hier ist doch ein, äh... Silberschatz. Warum der hier ist? Keine Ahnung. So. Jetzt ist es lustig. Ein bisschen mehr ballern. Nein, ey. Nein, ey. Mann. Ey, sag mal. Hala! Tritt ihn doch! Ey, ganz ehrlich. Ich muss noch sterben. So. Nein. Ey. Mann. Oh, ey. Lara, du bist so ein Scheiße. Du musst auch dachten, ja. Ey. Mann. Ey. Och... Mann. Es gibt Ihnen einen Weg nicht. Kommt sie dadrun? Natürlich nicht. Mann. Ist auch vorsichtig, wo ich jetzt so habeusu von Schatz gesteckt. Ja. So, sãoons ihr ver hypothetical. Sie warern, diese scheiße für mich. mich einfach versteckt es gibt natürlich der bewusst sehr lange gesessen habe sie alles gefunden das ist so stark er ist gut um um schatz so um sie deine waffe in die lüte scheiße genau gar nichts was sie vorhin sagen heute laura ist so stark sie checkt alles kaputt auf glaubt ihr nicht jetzt fängt es an der Spaß also mit der krassen Steuerung wird hier einige Fails werden fast schon der erste Fail da der Teil der Bezüge so ich habe keine Höhenamst alles ich Appala da kann alles in den jahren so der letzte behinderte Stelle ist die hier eigentlich ist die auch einfach aber irgendwie der Karte öfters so ich muss eben gesündet werden die schneller gehen alles klar hola schießt doch schneller ich habe nur einen Hack Oh scheiße Jawoll ich fasse es nicht warum ist da auch eine Granate da habe ich es falsch gedrückt ah schon besser oh zieh doch nicht da drauf hey hey echt hallo sag mal hey zieh doch auf Playstation ist einiges einfacher meine Güte mein Kopf tut dir schon weh von dem Kopfhörer und okay da ist meiner Meinung nach versteckt ja das ist mein so da noch eine Waffe kommen jeder hoch guck nicht so das ist klar das ist gut also ihr merkt schon mit der steuerung wird nichts hier mit ohne MediPacks aber naja so ich hier muss schutz richtig gelaufen ja was heißt hier geraten ich wusste es irgendwie aber okay warte mal siehst du das geschützte mhm denkst du es ist eine Falle allerdings sieh dich vor ja hier gibt es so ein beschissene trick das voll behindert ist gut gute Idee ist trotzdem scheiße ich habe eine bessere Idee ich nehme einfach die scheiß drei ja klar wenn die Kugel da durchgeht äh schießt er nicht nur wenn er nicht da durchgeht so bisschen warten bis er auch zu schießen ja auch was ist das denn das war jetzt ey oh zum brechen die ganze Scheiße warte mal siehst du das geschützt sein ja wir haben es betrifft denkst du es ist deine Falle allerdings sieh dich vor wir finden sie nicht das Kügelchen ist ein ganz kleines bisschen zu groß für dich sie weiß was sie tut guck das ist die Kunst mit Form und Funktion aber besser okay es ist mein reich keines ihrer vermonterten greber erzählen sie mir von dem Schwer Takamoto was ist damit was fasziniert sie daran so sehr wie das zeigen sie es mir den sage ich es ihnen Ihre Beharrlichkeit wird sie noch umbringen. Geht mal sterben. So, das ist doch wunderbar. Hm, soll ich die Schuhflinte nehmen? Ich weiß nicht. Okay. So, das ist ziemlich cool. So, alles klar. Was habe ich denn noch alles? Okay, ich habe alles. Alles, alles, alles. So, der Goldschatz ist hier. In dem Kackteil hier. Also, das wusste ich irgendwie sofort. Ich wusste, ich weiß nicht warum, aber... Ich wusste sofort, wo der Goldschatz ist. Ganz ehrlich. Ich wusste, was man das hier durch unterschieben muss. Ja, klar. Okay. So. Noch ein bisschen Munition. Ich habe zu wenig. Da. Auf den Tisch gehen. Nach demnächst ist hier noch alles drin. Kann man das Bild aufmachen. Egal. Interessiert jetzt keinen. So, jetzt kommen wir zum... Äh... Ersten Endgegner. Ja. Äh, so... So schwer ist er nicht. Eigentlich ist er gar nicht schwer. Äh, einfach, 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 einfach. Erst einfach, einfach. Geiler Satz, ne? Ist ganz gut. So ist es gut. Sie haben keinen Respekt. Sie brechen in mein Haus ein. Töten meine Männer! Ich habe nur Stellen abgebaut. Jetzt kümmere ich mich noch um die Inventur, wenn es recht ist. Sie meinen das hier? Das bedeutendste Stück meiner Sammlung. Wie meinen Sie das? Ganz einfach, ich sammle Objekte toter Engländer. Dieses hier gehörte einem Kreuzritter. Der soll sogar einer von König Arctusrittern gewesen sein. Aha. Ich weiß nicht, wie es in den Besitz dieses Narren kam. Denn es stammt aus einer Zeit vor dem hälften Jahrhunderten, als ihr Volk noch in Lehmütten lebte. Und deshalb würden Sie lieber sterben, als es mir zu geben. Nein. Desfalls! So, diese grünen Strahlen werden wir öfter sehen. Hinter diesen Stabungen ist hier das eine Stange. So, dann kommt die auch hoch. Hoppa. Warum ist das so schnell? Oh, ich muss ja schon springen. Oder ducken. So, dann. Oh, wow. Oh, ist das schwer mit Tastatur. Alter! Jetzt nicht denken, ich bin schlecht in dem Spiel. Das ist nur die behinderte Steuerung. Habe ich Ihren Neuen hier befriedigt? Das wird die nun im Garten. Was ist jetzt für den großen Rundgang? Es war dumm, hierher zu kommen. Na! Boah, ist das kacke, eh. Jesus, mal haben Sie nichts auf Ihren Glück. Hä? Was ist jetzt für den großen Rundgang? Wer hat Sie hier denn? Nein! 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 Er will wohl sterben. Boah, ist das schwer. Ganz ehrlich. Auf Platztitel ist ja nix. Äh, kein Problem. Nicht sterben. Toll, mir die Päckle-Sounds genommen. Ah, fuck yola. Basta. So. Ja, ich bin dabei. Afrika ist einer meiner Lieblingskontinente. Oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr genau. Aber okay. Ja, das war's von meiner Seite dieses Jahr. Äh, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja. Ja, was sagt man noch? Frohes Neues! Ja, okay. Ähm. Hm. Hm. Okay, dann speichern wir nochmal. So. Ghana. Die Jagd auf James Rotland. Früher oder später gehen alle langen Streckenbeziehungen in die Brüche. Keine Spur von Rotland. Wissen wir denn schon, was er hier will? Nö. So. Okay. Okay. Es ist nicht ungewöhnlich. So was soll's geben. Alles klar. So, jetzt hat er alles gesagt. Jetzt können wir einfach mal speichern. Irgendwo. Ja, passt schon. So, okay, dann, äh, warte, nehme ich auf. Ja, okay, alles klar. So, okay, dann. Äh. Ciao, ne? Bis zum nächsten Mal. Nächsten Mal. Ich will immer was sagen, dann vergiss ich's, ey. Egal, ciao.